die bundeswehr ist endlich mit panzer nach dresden an die brücke ausgerückt leider nur mit zwei leider auch wahrscheinlich nicht mit dem ausreichenden gerät was man dafür zur verfügung hätte und es gibt jetzt einen diplom ingenieur aus dresden der gleichzeitig rechtsanwalt ist und den zuständigen baudezernenten im moment noch beigeordneten der landeshauptstadt thomas nein stefan kühn hier anzuzeigen wegen mehrerer straftaten im zusammenhang mit diesem brückeneinsturz und ich habe bilder dabei es gibt eine live webcam sie haben heute nacht allen ernstes die arbeiten eingestellt die baustelle wurde nicht ausgeleuchtet und ich habe zum krassen kontrast mal eine straßen reparatur einer havarierten straße aus japan für euch dabei damit erstmal herzlich willkommen bei politik mit kopf ich war gestern abend spät abends noch mit der deutschen bahn unterwegs und man muss sagen für freitag den 13 17 minuten verspätung in der ankunft ist ja quasi pünktlich bei der bahn das bordbistro war sogar bis berlin geöffnet man erlebt doch noch wunder an freitagen den 13 jetzt gibt es hier in dresden neue entwicklungen ich habe mir das gestern abend natürlich dann auch unterwegs lange genug angeschaut gegen ein uhr war noch hinter gewissen bäumen ich kann euch das kurz einblenden zwei bagger zu sehen die unter flutlicht gearbeitet haben und wenn wir dann das video nach vorne spulen es ist ruhe es ist ruhe auch heute morgen vor 8 uhr habe ich erst drei bagger wieder an die arbeit fahren sehen die anderen die standen die ganze nacht im dunklen auf der elbwiese das wasser steigt und da musste ich sagen leute es ist völliger wahnsinn ist es völliger aktionismus der hier herrscht und es gibt jetzt hier auch endlich eine strafanzeige gegen den zuständigen politiker der grünen und zwar wegen paragraf 319 strafgesetzbuch baugefährdung durch unterlassen paragraf 13 1 sgb als amtsträger paragraf 11 stgb und zwar gegen diesen beigeordneten dezernenten der stadt eingegangen ist das ganze gestern am 13 september 2024 um 9 uhr 15 über das elektronische anwalts postfach eben dieses anwaltes diplom ingenieur jens norek aus dresden und da muss man erst mal sagen wer diplom ingenieur ist und dann noch zwei staatsexamen in jura hinten dran hängt um rechtsanwalt zu werden der hat einiges an wissen angesammelt vor allem diplom ingenieure können das ganze aus der praxis besser beurteilen und ich bin wirklich gespannt ob es hier jetzt nachahmer gibt die die anzeige wortgleich stellen oder wie überhaupt die staatsanwaltschaft in dresden reagiert auf so etwas ob das ganze eher unter den teppich gekehrt wird oder ob man doch relativ zeitnah hier ein ermittlungsverfahren einleitet ich zeige euch jetzt mal neben dran in japan kommt es öfters mal vor dass es ein sinkhole gibt also irgendwo reißt die straße auf und bricht in sich zusammen und teilweise sind diese löcher richtig tief jetzt schaut neben mir wie viele maschinen auch im dunkeln wie gut diese baustelle hier ausgeleuchtet ist es ist in sieben tagen eine komplett reparatur und das ist normal in japan und dann sehe ich gestern abend noch bergepanzer anrücken von der bundeswehr die dafür sorgen sollen wenn es havarien gibt mit den baumaschinen einzugreifen was so eine sache ist ja also es gibt noch mehr wie diese bergepanzer es gibt von den pionieren noch mehr material außerdem wo sind eigentlich die schweren autokräne oder so oder die schweren abschlepper ich habe keinen einzigen unimog gesehen man möchte jetzt auch das zusammengebrochene teil was in der elbe liegt das möchte man liegen lassen für das hochwasser das sind völlige wahnsinnige sie haben jetzt das was an land ist noch gesprengt und das trümmern sie zusammen quasi das auf der wiese auf der elbe das alles abgeräumt ist und also warum sie das nicht gesprengt haben dass es schneller ist naja sie hatten nur eine kleine sprengung am anfang ist schwierig in der havarie zu sprengen aber das teil in der elbe sie hoffen jetzt das ganze teil wird ja von wasser umspült dass es sich nicht fort bewegt ich verstehe immer noch nicht warum man dieses risiko hier in der elbe lässt wenige hundert meter weiter ist die augustus brücke wenn die augustus brücke von diesem schwimmteil getroffen wird dann haben wir die nächste große katastrophe in dresden man hätte dieses schwimmende teil so wie es da liegt sofort sprengen müssen sprengen in seine einzelteile dass der ganze bauschutt in die elbe fällt danach hätte man einfach die fahrerinnen ausbaggern können und ja auch große trümmerbrocken bewegen sich durch die elbe doch ihr könnt euch ja mal überlegen das brückenfeld in der mitte war 110 meter lang ist jetzt in zwei oder drei teile zerbrochen wollt ihr lieber dass das schwimmt gegen die augustus brücke oder dass ihr meinetwegen so große trümmer habt von 500 kilo am ende große große brocken beton die dann über das flussbett auch sich zur augustus brücke bewegen ich wäre für die letztere option ich wäre froh man hätte diesen trümmerhaufen da etwas kleiner gelassen aber er liegt dort am stück und ein schelmbeer böses dabei denkt ich ahne ganz schlimmes wenn das hochwasser wirklich so weit kommt ob sie dann jetzt hier die elbwiese freigeräumt haben oder nicht ist ja in meinen augen jetzt doch relativ egal man hätte auch auf der elbseite einfach den schutt liegen lassen können wird natürlich von der strömung mitgerissen natürlich aber kleine teile machen kleinen schaden große teile machen großen schaden und ihr habt gesehen wie groß das bild ist ich bin gespannt wie die situation jetzt weitergeht ich kann auch überhaupt nicht nachvollziehen warum man heute nacht sechs stunden die maschinen abstellt warum das thw oder die bundeswehr oder die feuerwehr die baustelle nicht ausgeleuchtet hat oder meinetwegen die firma böls es gibt so viele festivals in diesem land es gibt alles was wir haben an ausrüstung lichtkegel flutlichter es ist alles da ja nein da stehen die baumaschinen auch noch auf der elbwiese da müsst ihr euch mal überlegen wenn irgendwo vorher irgendeiner der dämme bricht die im moment den zufluss zur elbe reduzieren oder begrenzen dann kommt halt auch mal nachts eine flutwelle durch dresden gelaufen die lassen einfach ihre baumaschinen da stehen wo ich mir denke warum fahrt ihr die nicht mal hoch auf die ufermauer wisst ihr ob am nächsten morgen wenn ihr aufsteht da unten kein wasser ist es ist für mich also es ist völliger wahnsinn ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen stellt euch vor heute morgen wenn die ganzen bagger umspült gewesen und sie stehen da und die zehn fünfzehn bagger was da stehen wären dann auf einmal festgefahren im morast weil das wasser doch schneller gestiegen ist es hätte ja auch einfach heute nacht viel schneller und stärker anfangen können zu regnen wetterberichte sind prognosen das ist keine weisheit keine wahrsagung sondern eine wahrscheinlichkeit ja völliger wahnsinn leute kann ich euch sagen die bilder aus japan sie sind eindrücklich just do it ja einfach machen rund um die uhr leute immer wieder material lkws und wenn ihr zu viel bestellt habt kein problem lieber zu viel als zu wenig hier hat es über 48 stunden gedauert bis dann auch die bundeswehr da war nach 24 stunden waren dann auch mal zwei bagger da inzwischen sind ein paar mehr da wird ja auch in dresden genug abriss unternehmen geben die dafür zur verfügung stehen aber warum man auch nicht angefangen hat das mittlere teil schon ich meine es gibt hier guckt euch das foto an das war direkt am nächsten tag nach der havarie dieser brücke war schon der schwimmen bagger mit dem last kann vor ort gemacht hat er meines wissens nach gar nichts ich bin gespannt auf deine meinung erwartest du auch eine völlige katastrophe in dresden oder denkst du es wird schon noch schief gehen ja viele haben geschrieben wer die brücke doch mal vor der wahl zusammengefallen wo ich nur sagen kann ja nicht wegen dem walergebnis sondern weil wir dann kein hochwasser gehabt hätten hätten wir mehr zeit gehabt diese havarie hier wegzuräumen die zeit ist wirklich äußerst knapp und ein grüner in dresden hat jetzt die verantwortung und man sieht einfach nur wie sie zucken und zappeln das ist aktionismus das ist keine sinnvolle planung wo also was was für einen sinn dass man nachts aufhört zu arbeiten leute habt ihr noch nie davon gehört dass es rund um die uhr baustellen gibt ja als ob das die leute interessiert die da arbeiten die werden dafür bezahlt ja völliger wahnsinn leute und ja man kann auch mitten in der nacht mit einem bagger einen abriss durchführen man muss einfach nur die baustelle ausleuchten das machen sie hier in deutschland schon seit jahrzehnten und in dresden versuchen sie jetzt das rad neu zu erfinden ich ahne schlimmes für morgen abend oder montagmorgen ich hoffe doch dass aber wenigstens die augustusbrücke das stand hält dass sie ganz bleibt es nichts großes passiert aber das brückenteil hier liegen zu lassen in dieser hochwassersituation halte ich für brandgefährlich aber wir werden sehen was diese sache gibt ich gebe euch mal den link für die webcam nach unten in die beschreibung und in das erste angepinnte kommentar unter diesem video dann könnt ihr ja tagsüber immer mal wieder rein drücken wie auch immer ob sich da was größeres getan hat vor allem ihr seht wann der wasserpegel auf die wiese steigt viel fehlt nicht mehr und damit sage ich bis bald so